Die machen mich fertig, Alter, mit dem Zeug. Das war's für mich, Alter, mit dem Zeug. Das war's für heute. Ich habe einen Mann mit einem Kaffee-Karren gespielt und habe einen Kaffee-Karren gespielt. Ich habe mich für einen Kaffee-Karren geöffnet. Ich habe keine Kaffee-Karren geöffnet. Ich habe mich für einen Kaffee-Karren geöffnet. Was ist das? Ich habe einen Kaffee-Karren geöffnet. Ich möchte einen Kaffee-Karren geöffnet. Ich will wieder zurück, dass ich die Kaffee-Karren geöffnet habe. Ich möchte einen Kaffee-Karren geöffnet. Ich liebe ihn. Ich möchte einen Kaffee-Karren geöffnet werden. Wie soll ich den Kaffee-Karren geöffnet werden? Das ist natürlich nicht. Ich bin ein Einzelner Weg. Das war's für mich. Das ist ein Fies. Also, sollte man einen Mann an einen Mann zu領ben? Der Mann kann einen Mann an als Fyter nutzen. Aber als Mann, kann ein Mann auch nicht mehr unbegrenzt werden und eine kleine Kiste machen. Das ist ein Verbrauch, aber nicht. Das ist so ein Typ. Du bist ein ziemlich grosses Ding. Kasuga hat einen Kiste und hat einen einen Hügel an. Das heißt, dass du dich dann mit den Ecken und Menschen ein wunderschön. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass ich mich auch für Sie. Ich will auch für Sie, dass ich auch für Sie, für Sie, für Sie, für Sie. Ich weiß nicht, dass ich es für Sie. Aber ich weiß nicht, dass ich Sie. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich damit sagen kann. Kasuga? Ist das gut? Der sieht nicht aus wie wenn er war einer. Was geht denn ab, Alter? Die haben so einen Schatten, Alter. Die haben so einen Schatten. 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 Das ist so bescheuert einfach. Das ist so fucking bescheuert. Sagen wir, lass uns herausfinden, wer Stärke ist. Raids sind eine Kraftprobe für die stärksten Faserquins, bieten sie dir aber die Chance, den bestsigten Sujimon zu rekrutieren, mit Ausnahme einiger Spezialvarianten. Wenn der Straßenkämpfer nicht um genehmige Sujimon-Kämpfe handelt, besteht die Chance, dass du ein Bonus-Raid ausgelöst wirst. Es gibt zwei verschiedene Arten. Belohnungsraids sind die Bonus-Belohnung gewähren und legendäre Raids, bei denen du legendäre Sujimon herausfordern kannst. Scheiden kannst du ein Raid-Gegenstand verwenden, um daraus einen Bonus-Raid zu machen. Das ist ein Parfüm, Alter. Wer hat ihn eingezogen? Spielen. Ah, okay, ich mach ihn platt. Hundert Dollar? Okay, ich frag ihn noch. Das ist deine Chance. Können einige Sujimon von Kasuga stärker beeindruckt sein und nach einem Kampf noch etwas verweilen. Nutzt du die Gelegenheit, um sie für dein Sujimon-Team zu rekrutieren. Um sie zu überzeugen, musst du dafür sorgen, dass es sich für sie lohnt. Solltest du ihnen von ganzem Herzen deine Suji-Geschenke überreichen. Bring dann dein Gefühl dir mit einem Zeichen der Aufrichtigkeit zum Ausdruck. Die Qualität deiner Geschenksbe... Sicher auf deine Glaubwürdigkeit aus. Okay. Zeig ihnen, was du kannst. Was ist das? Sujimon geschnappt. Collins, laberbacke, Alter. Telefonschlag. Ein Angriff, mit dem er so hart wie möglich zuschlägt. Kämpfer und Rekrutierster haben bereits eine beträchtliche Menge an Erfahrung aus ihrer Zeit in der Wildnis gesammelt. Sie können eine Gruppe unmittelbarer Hilfe sein. Wenn ein Sujimon nach einem Kampf verhandlungsbereit erscheint, gibt es eigentlich keinen Grund, ihn nicht zu rekrutieren. Alter Schwede. Okay, Sujimon gett! Das ist das, was du? Das ist das, Kasuga. Das ist das, was du, wenn du dich in der Wildnis gesammelt hast, hast du dich in der Wildnis gesammelt und sprichst. Aber es ist nicht so, dass du dich in der Wildnis gesammelt hast. Es ist nur die Wildnis gesammelt. Die Wildnis gesammelt sind nur die Wildnis gesammelt. Sujimon, du siehst, ist eine automatisch aktualisierte Liste rekrutierbarer Sujimon. Reiche Details, so ein Sujimon und auch weniger hilfreich. Und wie machen die Sujimon, wenn du dich in der Wildnis gesammelt hast? Sujimon. Sujimon. Die Fiesen-Fier. Die Wildnis gesammelt ist immer wiederum. Die Wildnis gesammelt ist immer wiederum. Machen hatte ich ein bisschen's. Das ist das, was ich finde. Wohlwölf also sind. Ich bin jetzt... Schreie die Bedenken, an und sich die Wildnis as đoßen schon wiederum und ihren Geist! Das ist das Liste! Na, wenn wir das in der Wildnis gelten! Und zwar so, also da gerne, sich Monatoren. Hey, das ist einfach nur dumm einmal. Ey, das ist einfach nur so dumm. Aber die stecken so viel Arbeit daran. Sujimon-Kämpfe, was? Hätte niemand gedacht, dass ich da reingezogen werde. Macht sehr Spaß. Wenn ich sich die Chance biete, fange ich weitere Sujimon. Ah, alter, das war Feuer-Startup, deswegen Feuer-Ding und das eine war, glaube ich, Eis, ne? Das war die typische Startup-Pokémon. Man steht für den Anzehner. Sujimon-Trainer erhöht er sich, wenn du Sujimon-Kämpfe gewinnst. Es ist also wichtig, dass du auf Hawaii andere Trainer besiegst. Bestimmte Stufe erreicht kannst du Mitglied dieser fiesen Vier in ihrem persönlichen Sujimon-Arena herausfordern. Okay, ich halte da in Ordnung. Alter, halt's Maul. Hat etwas gedauert. Du hast echt ein Händchen dafür, die Ärger einzubrocken, hä? Ey, ich mach das nicht mit Absicht. Ey, wirkt jedenfalls so, als hätte es dir Spaß gemacht. Ach, komm schon, Leute. Also, gehen wir? Sollten wir. Zum Beispiel, die haben bestimmt was Gutes. Anaconda Sports Warehouse. Sollten ein Deck mit dem District 5 gehen. Nicht zur Stadt zurückkehren und auch nicht an Spielsperchern. Sei also vorbereitet. Stufe 13. Empfohlene Ausrichtung. Zwei Sterne. Zwei Sterne? Zwei, zwei. Uh, Schuhe brauch ich noch. 13 haben wir gerade erreicht. Aloha! Oh, wir hätten uns die kaufen sollen. Die hat noch zwei mehr. Egal. Ach, Ratschenschlüssel. Ich hab's Raketenschlüssel. Wir bräuchten noch Schuhe, ne? Ist das ein Trainer? Anfänger Isaac. Sind die Sujimon ausgerüstet? Sujimon-Liga. Sujimon-Party. Stell uns dein... Wichtigste auch für den Sujimon-Trainer. Ich bin übrigens inzwischen zwei, drei und sechs Sujimon, um in meinem Kampf teilzunehmen. Werden durch die folgenden Werte dargestellt. Gesundheit, Stärke, Tempo. Schnell die SP-Anzeige. Stärke der Angriffe. Stifilität. 47, 14. Drei? Dafür 140 Geschwindigkeit. Oh. Der ist so voll schwach. Nach Hawaii genommen? Na ich nett von mir, oder? Ach. Aber was wäre ich bitte für einen Trainer, wenn ich mich nicht weiter fit halten würde? Ich... Wow. Und da war ich mich nicht weiter. Ich kann euch nicht weiter. Ich werde mich nicht weiterführen. Ich werde mich sicher. Oh, ich weiß nicht. Ich warte. Ich warte. Ich bin aus dem Kampf. Ich bin aus dem Kampf. Achso, ja, der schickt ja dann noch einen Ah, ne, reicht noch nicht Ich kippe nur die Sir Oh Gut, dass ich sowieso schneller bin Ah, scheiße, er kommt auch nochmal Ah, scheiße, er kommt auch nochmal Stufe 3, 7, 5 30 Dollar, Suchimon-Gacha-Ticket, Suchimams, normales Suchi-Geschenk Gacha-Ticket? Selbst wenn man hat sich dem Team angeschlossen Alter Wo kam der jetzt her? Durch das Gacha-Ticket? Mein Fehler, wir müssen unser Training verdoppeln Ist hier oben auch einer? Nee Doch, da ist einer, aber der ist stärker, ne? Was ist das? Universelle Suchi-Location Ganz derweil für Suchi-Liga-Trainer aufgestellt Sog. Suchi-Location Nähe dich einfach, um kostenloses Suchimon-Material zu erhalten Die von Suchi-Liga-Komitee zur Verfügung gestellt wurden Wenn du mit ihnen reagierst Kannst du Suchi-Kampf-Shakes mixen, um Suchimon zu stärken Erwecken, weiterzuentwickeln Oder gegen einen bereitgestellten Trennung Übungskampf zu bestreiten Ähm Erwecken Erwecken Anderem Indem du ihn mit einem anderen Suchi-Mod fütterst? PC-Shop Super Suchi-Mampf Suchi-Mampf Suchi-Mampf-Krieger-Moschus Super Suchi-Geschenk Verstärken Leckere Suchi-Kampf-Shake mixen Ist du für den Suchi-Mont aus, ob das Kampf ist erhöht Mit einem minimaler Toxity-Z Hahahaha Ok Ok Ok, der kommt dann auf 5 Bis dann Und dann Komm Komm Seht dir dieses Muskelpaket an Erwecken Entwickeln Das Zerk-Satsuchi überlebt Oh, grün ist das schlechteste, Silber ist das höchste, ah ok, achso, grün, Bronze, Silber, Gold Erweckungsstufe erreicht haben, können noch einmal weiterentwickelt werden, um eine höhere Ebene der Existenz zu erreichen Aber verbessern sich die Werte, sondern sie können auch neue Skills freischalten Okay, was muss ich dazu machen? Achso, da ist sogar der Typ eigentlich Achso, da kann ich in die Suchi-Arena Was ist das da? Ihr seid schon scheiße, Alter, es gibt hier fucking Gacha Was? Ey, das ist so bescheuert, Alter Windenwurm Wir schauen auf den Bild, Alter, weh Neue Suchi-Moni zugefügt Oh, shit Mit diesem Gacha kannst du bis zu 10 Suchi-Moni erhalten Bargeld oder Ticket Stolperstar, Dossier Nummer 11 Okay Bammelschrammel Warte, zur Hölle Alter, das ist Warte mal, wenn ich da so ziehen kann mit Kohle Was kosten dann die da? 5.000 pro Versuch? Kiwami-Gacha Means Extreme Mächtige Suchi-Moni garantiert, akzeptiert nur Meister-Tickets Alter, was zur Hölle, das sind ja so Götter oder was? Es ist so einfach nur behindert, ey So Ah, warte mal, die haben Schwul Wir nehmen eins davon So, das muss dann reichen Ah, jetzt hat Oh, just What are you staring at? Hey Suchi-Moni Zoll, ihr werdet No Fortschrammel Gassんと Gass Du Gass 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 Schau! Geh! Mein Bank! Schau! 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 Alter, da sind überall halt welche, ne? Für das Suchimons Zeug. Ich bin mit Roy befreundet. Verdammt, Roy! Was ist mit dem Seite-Ein? Ich kann nicht auf meine Flasche messen! Schau! Okay, mach es! Schau! 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 Ich weh! Ist ein Speed! Das ist meine Frage! Ich bin mit ihm gefahren! Schau! 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 Wo war'n der? Da, um die Ecke. Ist der da in dem Ding dran? Nee. Goldtrennerin? Stufendurchschnitt, 3, 3, 3, nee, 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 nee. Aber warum ist das ne Goldtrennerin? Also, Platin, Gold, Platin, Platin. Gold-Edwards, Gold-Solomon, Platin. Anfänger. Platin. Wahrscheinlich sind die anderen eher hier in der Richtung, ne? Silber, Bronze. Ne, was war da? Für 7, 26, Raid? Ach, so, das sind Raids. Der auch? Boah, bin nicht mehr lange, aber da oben ist nur eine für 3 Minuten. Komm' ich da noch rechtzeitig hin? Wann? Nein, da sind Typen vorher. ne? Wann stehst du an? Wann stehst du an? Wann stehst du an? ach so ja stimmt ich muss ja die platten machen aber was sind die partyverderber? können die da auch dazu? Watkins wurde besiegt 40$ man gehört aber ein guter kämpfer was soll ich tun? reden deine chance zeige ihm was du kannst ah scheiße oh das könnte doch gefallen oder was? sochimon geschnappt ok da hinten müssen wir hin anfänger denn ja da können wir die unterwegs weg machen normales sushi geschenk aber warte mal vorher müssen wir noch was machen oh der ist auf 10 da hinten ja Oh, und drauf, nimm mir um ihn rumstehen, ich wollte die Truhe haben, Mutanhänger Hopp, ich treffe alle, und genau das war der Plan Reden Das ist deine Chance, Joseph, sträumender Geigenvogel Genau, komm schon, wir machen die Träume wahr Er sollte sie mal rasieren, Alter Stufe 4 ist er schon Neue Tsuchimon hinzugefügt Mögliche Hobby, Tsuchimon ist eines davon Ich konzentriere mich in letzter Zeit hauptsächlich Und wir sind gleich schnell im Prinzip Hä, warum ist der jetzt schneller gewesen? Ich bin schupper Lange ich den hermiste, ein bisschen Und ich freue mich fest, wenn es die Reste destellte Ich bin schrumpf Wenn es der Reste ist, dass es einen guten Durchfahlen Wir gehen Dann ein bisschen Ich bin mir ein Schuhl Ich bin mir ein Schuhl Achso, das sind alle Dinger, ne? Oh, zu Klonen schlagen, eine Schaukel. Der ist sogar gut gegen Eis. Sehr gut. Wieder hin, weil der Typ mit dem ganzen Blut in der steht. Anfänger Traichi von Kasuga Rang 8, Tsuchimon Gacha Tickets um 30 Dollar und Ex-Epresser-Dämon hat sich dem Team angeschlossen, prima. Wer wollte nicht schonmal einen Erpresser-Dämon mit in dem Team haben? Hurra, durch Kompletten gab es wirklich so stark. Warte mal, da können wir mehr Gacha machen, oder? Da geht bloß das Einfache. Fügbare Tickets 5. Oh, da sind dann auch Spezielle dabei. Also die Grauen sind die Normalos und sind das dann Goldene? Gärtnerzwerg. Gärtnerzwerg. Crazy Heel. Stresstester, Alter. Haha, ist das ein scheiß Stressball oder was? Gefährlicher Champion. Und Erpresser-Dämon habe ich nur mal bekommen. Eis und Feuer, sehr schön. Das ist so bescheuert, Alter. Ich kann es halt nur wiederholen und immer wieder wiederholen. Der ist dunkel, der ist Licht. Wo ist der Stressball? Ah, da. Der ist Eis. Wir haben eigentlich alles ein bisschen dabei. Oh, ich soll da gar nicht hin. Aloha. Aloha. 13 Dollar. Seehasen-Kaviar. Wann mal. Das da vielleicht, oder? Das reicht, ja. Räucherkäse. Wie es plötzlich wieder als normale Bar benutzt wird, hm? Ah, shit. Wann erinnern auf die andere Tür auch? Ah, shit. Ich hab vergessen, dass die da lieben. Ah, schwer zu Es ist so hart. När. Weg Wochenend. Was mag der jetzt da in allerruhe hingehen? Fuck, jetzt habe ich das Essen eigentlich gegessen, damit ich keine Energie verliere. Auf Roman warten, das ist der 1-0-6-5, bis zum Treffen ist noch etwas Zeit, warten wir auf Roman. Bis zum nächsten Mal.